Musik Ey zwölf Brot Ey zwölf Brot Ne zwölf Weizen Entschuldigung Zwölf Brot wär cool Zwölf Brot Warte mal wie viel Brot musst du da reinpacken Eins Oder Eins Dann gib mir eins von den scheiß Broten Und bring mir das bitte mal hierhin vorbei Ich hab ein halbes Herz noch Ich hoffe du stirbst Ich werde sowas von verrecken Habe ich irgendwas mit Was mir in dem Fall noch helfen könnte Scheiße Schon irgendwie scheiße Wenn wir hier so eine Map machen Was könnte man denn jetzt noch bauen Ja du könntest Ja weil Nein ich bin jetzt gerade hier unterm Wasser Und Versuche hier gerade mal irgendwie Mich hier Fähig zu bauen Aber ich komm hier nicht mehr raus Das kann ich vergessen Ich könnte jetzt natürlich Boah das wäre echt gewagt Wenn ich da jetzt hoch schwimme Scheiße So und jetzt So und jetzt Weiß ich nicht Ich wüsste jetzt mal gerne wo ich gestorben bin Hattest du nicht so geile Wo hast du dich hochgebaut Wo hast du dich hochgebaut Irgendwo hier im Meer Bin ich rausgekommen Das weiß ich ganz genau Ich lad mal das Serverlog runter Da steht es besser drin Ähm Marco Ich sag euch Marco ist den letzten Tag am Cheaten Das ist nicht Cheaten Deine Muschi ist nicht Cheaten Minecraft Server.log Download Hast du jetzt schon das Gemälde gemacht? Nein Jetzt hat die Fresse Boah was kannst du eigentlich? Toll Ach das ist der falsche Server Hä? Was ist das denn für jetzt für ein Scheiß Der soll das Scheiß Serverlog öffnen Und nichts anderes So schwer kann das nicht sein Äh Server.log Stop Server Was? Also Marco So wie ich das sehe Ich hab hier schon vier Sachen reingeballert Ja das ist ganz toll Aber das interessiert mich jetzt auch gerade mal Ungefähr genauso viel Ja da muss doch Wo ist denn der Wo ist denn der Minecraft Server? Wir haben keinen Ne Ne Ich meine jetzt Ähm Der schreibt doch Ach ne Ne Halt stimmt Der packt das in den Log Ähm Zwei Zweiter Siebter Sechster Fünfter Zweiter 21 Erster Das ist Ne Latest Log Genau Genau So Ach fuck Hier steht das auch nicht drin Gut dann Wird das nicht mehr Sinn Ganz gut aus Du hast dich hier runter gegraben Das ist ganz gut Ja hier bin ich hergerannt So Marco So wie es aussieht Fehlt uns nur noch War da unten eigentlich Lava vor Ich hoffe mal nicht Hier ist nämlich ein Problem Ich glaube da bin ich hier runtergerannt oder? Falsche Richtung TNT Ah Schon wieder kein Essen mehr Ja wir brauchen nur noch TNT und ähm Glosson Ähm TNT und ja Glosson Dann haben wir alles Ach fuck Das ist äh Falsche Ecke hier Also weil du so inkompetent bist Das ist Null Marco Ja wir brauchen noch ein Oh und ich kann auch schon wieder nicht rennen ey Komm zu mir ich hab Komm du mal hier hin Ich brauche nämlich gerade mal ganz schnell essen Komm halt die Fresse Ach der ja Du bist schon In der Höhle Keine Ahnung wo ich bin Marco du weißt Fünf Minuten ne Ich weiß Deswegen beeile ich mich ja hier gerade auch schon Scheiße Also Ach hier bin ich glaube ich runtergegangen Ja Ist das schon in meiner Nähe? Ich glaube ich hab's Ich hab's gefunden Warte mal wo bin ich denn dann jetzt hier her gegangen Dann bin ich hier wieder zurück Also ich hab die Opsi Abbaustelle wieder gefunden Dann bin ich hier zurück Hier? Nein Hier bin ich nicht Dann Ich guck jetzt nämlich auch schon aber Du hast ja dann schlechte Karten Marco Warte mal Nein ich hab Ich hab zumindest glaube ich die Stelle Ja sicher ich hab's wieder gefunden Hast du deine Sachen? Weiß ich nicht Ich muss erst wieder da hochrennen Also ich hab meinen Eingang schon gefunden Das find ich ganz toll Oh ne TP dich mal ganz schnell zu mir bitte In der Spitzhacke vor allem Einmal abbauen die beiden Blöcke Wow Dankeschön Hier bin ich Warte mal Geh da weg Weg da Weg da Ich schlag dich gleich So jetzt nicht alle Sachen sind hier Mit den 5 Minuten hat sich dann ja gerade erledigt Damit ich jetzt ja nicht kripp hier Ach das war auch überhaupt nicht weit Okay Dann farm du mal ob sie Ich geh mir was neues craften Kann man von Hungersparen eigentlich sterben? Ja Ach scheiße Hast du echt alles verloren? Ja Beziehungsweise wahrscheinlich in der Zeit wo ist es despawned Oh Da ist es Ich bin gleich eh tot Ja warte mal Töte mich mal eben dann Auf ein neues Ja Dann haben wir Musiwen Jetzt ist es jetzt fersen Ja schön Hat sich dann mit dem Fressen nämlich auch erledigt Da waren 22 Obsidianen bei Meine Fresse Du bist so Besor ich mal Besor ich mal Ne halt wir brauchen eine Dia Spitzsacke Ich mach mir mal eben Dia Zeus Ähm ähm äh Dings Zeus Eisen Zeus Und dann geh ich Farben Ja toll Wir haben noch zwei Diaz Wir haben zwei Diaz? Äh Iron Hey wir haben noch nicht mal was im Ofen Das ist auch toll Ja ich hab das alles bei mir im Inbieter Das ist ganz toll Also ich find das schon ziemlich toll Gib mir mal ein bisschen Zeus Dann komm mal zu mir Wo bist du denn? Hier Hä? Ach es ist beschissen Wo ist hier? Hier In der Höhle Toll in der Höhle Bring es einfach mit wenn du fertig hast Ja ich muss Ich muss Die Diaz finden Daran werde ich mich jetzt auch mal dran machen Wenn ich die finde Ich bin verwendet Holz Ach hier sind noch zwei Sticks Okay Äh Ach ne weißt du was Da hab ich mir auch noch ein Eisenschwert Da haben wir noch eins, da haben wir noch eins. Ne, aber nicht mehr. Ich hab da nur ein Eisenschwert. Hier sind noch Schuhe. Ja, ich hatte aber gerade die ganze Zeit ein Dierschwert, aber das meine ich jetzt gar nicht. Ähm. Warte mal. Aber ich brauche ja ein Schwert, um mich irgendwie verteidigen zu können. So, dann mache ich mir jetzt hier noch eine Eisenschaufel. So, dann ziehe ich mir die Lederschuhe an. Aber noch irgendwas anderes. Warte mal, hier haben wir noch Leder. Da könnte ich noch... Müssen wir noch... Äh, Leder lasse ich mal hier drin. Ist besser. Dann nehme ich mir ja mal diesen verkackten Bogen. Wir haben keine Pfeile. Das ist ja toll. Scheiße. Ja, das hilft mir jetzt also gar nichts. So, dann machen wir mal... Äh... Ne. Machen wir mal... Stücke. Für Fackeln. Für Fackeln. 36 Stück müssen erst mal reichen. Ich hab grad davon erzählt, ein Creeper wäre nett. Jetzt ist einer direkt neben mir hochgegangen. Ja, komm. Was zu essen. Nein, die sind doch... Meine Fresse riechen. Du bist aber blöd, dann hätten wir schon mal gelostet. Dann hätten wir schon... Lass' ich hier diesen halben Herd nicht... Hey, halt die für eine Hotze. Da war auch mal eine gute Angel bei, die irgendwo scheiße fingen. Ich hab grad Lederschuhe gefangen. Ich hab grad Lederschuhe gefangen. War vor allem unhygienisch. Marco? Hm? Ich seh' nix. Ich seh' nix. Alter... Alter... Alter, was ist das? Ein Zombie... Ein Fisch... Ein Fisch... Mann... Das ist doch scheiße. Dam-da-dam. Das macht so Spaß. Das macht so Spaß. Dam-da-da-da-da-da-das macht weiterhin so Spaß. Meine Fresse, ich hasse Fischen in Angeln, äh, in Angeln, ja. Ich hasse Fischen in Minecraft. Oder Angeln. Hm. Mann. Wie mich das gerade aufregt, ey. Das kann doch nicht sein. Mann. Vielleicht auch mal eine andere. Da hinten ist ein guter Block, um zu Fischen vielleicht. Mann. Da kommt einer. So. Warte mal. Dann machen wir das nämlich jetzt mal folgendermaßen. Stellen wir uns nämlich jetzt mal auf dem Block da. Und dann angeln wir mal. Weiter noch. Ne. Kommt jetzt auch mal ein Fisch. Hallo, ich hab Hunger. Du hast einen superlauten Zombie, aber weißt nicht, woher er ist. Woher er kommt. Das ist ganz toll. Das ist ganz toll. Ich bin stolz auf dich. Das ist so toll. Wieso haben wir nicht auch die Scheißkühe vermehrt am Anfang? Mann. Da dürfen wir fischen den ganzen Tag. Wieso haben wir eigentlich nur so ein Mini-Getreide-Feld? Ist auch kacke. Aber wir können Getreide haben. Das ist mir scheißegal. Mach das größer. Mach du das so größer. Ich bin da am Angeln. Ich bin da am Angeln. Ich habe Knochen. Knochenfarm. Ich habe gerade Knochen im Inventar. Zwei. Ja, die kannst du benutzen, um... Es stimmt. So, einen fangen wir noch. Dann ist es auch erst mal gut. Dann haben wir acht Stück. Achso, einen Fisch müssen wir, glaube ich, ja zurücklegen, oder? Ich weiß es gar nicht. Hast du schon? Dann ist gut. Ach, da kommt einer. Ach, nö. Ach, nö. Jetzt habe ich gerade ein Leder gefangen. Marco, was findet man in der Höhle mal ab und zu öfters? Richtig. Creeper. Nee. Kugelfisch. Nun? Boah, 20 toten Zombies. Ach ja, dann geht's ja. Hm, 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 hm. Bam, bam, bam. Fischen ist so schön. Nein. Das ist noch ein Creeper. Ich hasse Fischen. Hier ist ehrlich ein Huhn in der Höhle. Ja, ganz toll. Hat es sich irgendwie entweder runtergebackt oder ist runtergelaufen? Wie, auf welchem Level bist du? Also Höhe? Level fünf Millionen. Ah. Könnte jetzt mal ein Fisch kommen? Hallo? Hallo? Ach, da kommt einer. Ach, schon wieder so ein Scheiß-Kugelfisch. Dann angeln wir mal da. Dam, da, dam, da, dam. Scheiß Fische. Dam, da, dam, da, dam. Weiß mal ab. An, meine ich. Nicht ab. Abbeißen. Fische abbeißen. Ja, sicher. Ja, das wird, glaube ich, gerade mal. Nee, ich hasse Fisch. Wie gesagt. Deswegen weigere ich mich jetzt auch eigentlich, diese zu essen hier in Minecraft. Weil ich hasse den Geruch von Fisch. Ich hasse den Geschmack von Fisch. Und, äh, weh. Marco. Ich hasse dich. Ich dich auch. Ey, ein Fisch. Ein normaler Fisch, den man auch, glaube ich, äh, essen kann. Glaube ich. Mal gucken, ob wir hier so nah am Rand näher kriegen wir nicht. Warte mal, da gucken wir mal. Jetzt mal sechs Knochenmehl. Guck mal, hier hast du schon wieder was übersehen. Das geht mir am Arsch vorbei. Ja, mir auch. Ja, Prost. Komm. TNT. Nein, Schwarzpulver. Äh. Nein, wir, uns fehlt noch ein TNT, ähm, ein Schwarzpulver. Dann haben wir genug für, äh, wie heißt das Scheißzeug? TNT? Ja, das Zeug heißt TNT. Ha, dumm. Okay, Marco, was ist jetzt davon, wenn wir zusammen hier hingehen? Weiß ich nicht, meine Tastatur spackt gerade wieder rum. Wir haben ja Blumen. Wir haben ja Blumen. Dumm-Tadam. Eine Laptop-Tastatur. Nein, das ist einfach nur, weil die Tastatur leer ist und ich bin zu faul, jetzt aufzustehen, um mir eine neue Batterie zu holen. Die ist übrigens über Mehl in der Schublade. Das macht so. Ich habe ein Knochenmehl gefunden. Und noch ein Knochen. Und noch Mehl. Okay, ich habe kein Mehl gefunden. Alter, sind hier viele Monster. Und ich habe fünf Gras. Nö. Und ich hatte eine ganze Menge Kohle im Inventor. Meine Fresse. So, ich tüße nochmal.